Ja, und dann vielleicht nochmal eine andere Sparte, die du auch wahrscheinlich öfters zu tun hast, das wäre das Rollentuning, lass es uns so nennen, also vielleicht, oder Verbesserung für den einen oder anderen. Man merkt das immer mehr auf den Markt drängen, auch auf den Multimedia-Seiten, wo man jetzt zum Beispiel, ich spreche mal ein Thema an, was ich für kritisch halte, in dem UL-Bereich, da sieht man teilweise, dass da Carbon-Bremsscheiben angeboten werden, jetzt im UL-Bereich. Ich weiß halt, dass im UL-Bereich meistens entweder sind es Plastikringe oder sind, ich glaube, Filzscheiben. Und die dienen ja dazu, dass man die Bremse ganz fein dosieren kann. Empfiehlst du so ein Tuning zum Beispiel jetzt mit Carbon-Scheiben in der UL-Rolle? Also ich rede jetzt wirklich nur von UL-Rolle. Ja, klar. Also in der UL-Rolle, ich persönlich auch von der Funktionalität der Carbon-Scheiben sehe ich da keinen Sinn mehr. Oder Reibung, weniger Möglichkeit, das Plastik zu sehen. Richtig, die Carbon-Scheibe nimmt nicht so viel Fett auf. Du hast eine andere Reibung da drin. Und du hast halt, in der UL-Rolle hast du nicht diese Belastung. In der Karfenrolle, in der dicken Rolle, die du für Hechte nimmst. Und Wallerrollen. Oder Wallerrollen. Also sprich, wo die Bremse wirklich über eine richtig lange Zeit belastet. Genau, genau. Und ich auch nicht so fein dosieren muss, weil ich auch wenig stärkere Schnüre fisch. Der Vorteil an den Carbon-Scheiben ist natürlich, zu ist zu, auf ist auf. Du hast halt nicht so viel Zwischenspiel. Also zu einem gewissen Maß schon, aber bei den Filzscheiben kannst du es besser dosieren. Meine Meinung. Ja, natürlich. Es ist ja auch so, dass... Auch erfahrungswert. Ich habe beide schon mal gefischt und die Carbon-Sachen haben mir jetzt bei einer UL-Rolle... Ich hatte es selber bei einer 3000er-Rolle von Diver und da war für mich kein Mehrwert drin. Ja, absolut nicht. Gut, es ist ja auch so, dass im UL-Bereich meistens mit offener Bremse gefischt wird. Ja, mit relativ offener Bremse. Es geht ja darum, auch das Ausschnitzen des Hagens zu vermindern oder sonstiges, weil unsere Forellen haben nun mal einen etwas härteren Bereich im Mundbereich. Und da ist ja auch der Anlaufpunkt von... Wenn eine hohe Reibung da ist, kann es schon mal vorkommen, wenn man mit dünnem Zeug das dann auch die Schnur reißt. Also das Fluorcarbon zumindest. Ja, auf jeden Fall. Also du bietest dir auch Tuning an. Oder was heißt ja Tuning? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich hätte jetzt gerne ein anderes Schnurlauf-Rollchen eingebaut, wie ich das zum Beispiel war, oder möchte, ich weiß jetzt nicht, welche Tuning-Maßnahmen viele erfragen. Mehr Kugellager in der Rolle, andere Kugellager in der Rolle. Also sprich, wenn man jetzt, es nennt sich ja ABEG, da sind ja die Spezifikationen. Genau, also ABEG ist die ISO-Norm, die jetzt aus Amerika kommt. In Deutschland heißt es ISO oder DIN. Und reden wir mal von ABEG, das sagt den Leuten einfach mehr. Ist halt die Toleranzklasse des Kugellagers und da gibt es verschiedene 3, 5, 7, 9, 11 und so weiter. Und standardmäßig sind die Kugellager in den Angelrollen, die sind immer so zwischen ABEG 3, ABEG 5, das ist so der Standard. Ich selber verbaue im Austausch, wenn ich Kugellager austausche, immer mindestens ABEG 5. Ja. Und weil auch qualitativere Kugellager, wie der Hersteller das teils hat. Und man kann natürlich jetzt auch auf ABEG 9 gehen. Ja. Da gibt es auch, also dann hast du eine höhere Toleranzklasse, du hast eine höhere Stabilität der Rolle, des Kugellagers nicht der Rolle und auch einen sanfteren Lauf der Rolle. Du kannst, das hängt aber dann auch immer davon ab, welches Kugellager nimmst du. Ja. Also ABEG ist nicht gleich. ABEG. ABEG. Genau. ABEG heißt nicht gleich, ich habe das beste Kugellager für diese Rolle. Weil es gibt ja auch verschiedene Dichtmöglichkeiten von Kugellagern. Ja, nicht nur Dicht. Also was viel wichtiger an einem Kugellager ist, ist die Lagerluft. Also die Lagerluft zwischen den oberen, dem unteren Ring und den Kugeln, weil das ist eigentlich ausschlaggebend für den Leichtlauf des Kugellagers. Also ich habe mich mit den Kugellagern sehr und einschlägig beschäftigt und da wirklich den Kunden halt sagen kann, pass auf, in der Rolle oder für deinen Bereich, wo du die Rolle einsetzen willst, brauchst du kein ABEG 9. Aber du bietest auch, oder ich habe mit dir schon öfters gesprochen, in der Vergangenheit, du bietest auch ein Hybridlager an. Genau, also Keramik-Hybrid gibt es auch. Die gibt es für Baitcast, also da sind die mehr verbreitet. Aber auch für die Rollen, dann hast du halt den Anlauf des Kugellagers. Also der Leichtlauf und der Anlauf eines Keramik-Hybrid-Kugellagers verglichen zu einem Edelstrahl-Kugellager ist halt immer anders. Wie wäre das, wenn ich mir so ein Hybrid-Kugellager einbauen lasse oder mehrere, ich weiß jetzt nicht, ob das auch noch eins ist oder mehrere, würde das bedeuten, dass dann da der Wartungsintervall oder auch die Wartungspflege mehr wird? Weil ich sage jetzt mal, Keramik würde ich jetzt sagen, es läuft eher mit Öl anstatt mit Fett. In der Regel ja. Also die Keramik-Lager sind selten gefettet, die sind meist geölt. Es gibt aber auch Varianten, die gefettet sind, sei es Edelstahl, sei es Keramik. Ich selber verwende Öl, also verschiedene Öle, je nachdem, was für ein Kugellager ich habe. Und die Keramik-Lager, die sind, ich sage mal, die sind lauter, das ist klar, aufgrund der Keramik-Kugel. Und die laufen vielleicht auch und rauern nicht, aber es fühlt sich anders an. Es fühlt sich anders an. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe auch schon Rollen gefischt mit Keramik-Lagern. Ich persönlich habe es als für mich störend empfunden, weil einfach die Geräuschkulisse anders war. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, da stimmt was nicht. Aber ich denke, das ist einfach nur Gewöhnheitssache. Also man muss sich da wohl eher entscheiden, möchte ich den smoothen und softeren Lauf in dem Sinn, dass die Rolle einfach viel, viel leichter sich kurbeln lässt. Oder möchte ich es einfach so angenehm wie möglich, dass es einfach Ruhe ist mit der Rolle. Genau. Also es ist schwer, beides zu verbinden. Genau. Man kriegt das Geräusch des Keramik-Lagers gedämpft, aber von der Performance her ist das Keramik-Lager einfach... Warum ich das anspreche, ist einfach nur, es kommt bestimmt der eine oder andere und sagt, ich möchte unbedingt ein Keramik-Lager drin haben. Und wer vorher sowas noch nicht gefischt hat, also ich sage das auch immer auch in anderen Sachen bei Angel-Zubehör, bitte fischt den Kram vor. Oder haltet es in der Hand, kurbelt es in dem Fall, wenn es eine Rolle ist, testet das und kauft wirklich nicht blind irgendwelche Sachen oder lasst nicht irgendwas umbauen, was ihr vorher selbst noch nie gefischt habt. Oder wen es noch nicht mal die Chance hat, das in den Händen zu halten. Weil ich kenne auch ein paar Freunde von mir, die haben das machen lassen. Sie haben das gelesen. Ich meine, es liest sich immer alles sehr gut. Ja, klar. Und dann hatten sie es in der Hand gehalten und dann haben sie gesagt, so jetzt, dann muss ich eigentlich den Lauf meiner alten Rolle wieder. Ja, das war tatsächlich fair. Und da können wir vielleicht auch zum nächsten Thema, was Tuning betrifft. gerade bei Diver ist ja das Max-Seal drin. Aber ich denke, da kommt der Max-Seal. Ja. Und ich denke auch, das ist einer der Punkte, warum auch Fachmann. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es gibt wirklich nicht besonders viele Anlaufstellen, wo ich behaupten kann, dass mein Max-Seal richtig wieder eingestellt wurde oder auch gepflegt wurde. Und in meinem Fall möchte ich es natürlich auch entfernen. Ich bin ein Fingerkurpler. Ja. Auch wenn das ein Nachteil ist, man sagt immer, mit zwei Fingern zu kurbeln, das ist besser. Aber ich kann es mir nicht abgewöhnen. Und für mich ist das sehr angenehm, wenn eine Rolle sehr leicht läuft. Ja. Und vielleicht kannst du dazu was sagen. Weiß ich jetzt nicht, ob man da was dazu sagen kann. Ja, klar. Da kann man eine Menge zu sagen. Also das Max-Seal hat auf jeden Fall seine Berechtigung. So ist es nicht. Im OL-Bereich muss man das so ein bisschen abwägen, weil die meisten OL-Rollen, sei es jetzt eine Diverstease, die ist komplett offen, die hat kein Max-Seal. Das ist die OL-Rolle überhaupt. Genau. Und dann hast du wiederum eine Exist-LT oder eine Luvias, die sind auch, die haben nur vorne am Rotor quasi das Max-Seal, was natürlich das Eindringen von Wasser und von Partikeln verhindert, definitiv. Aber im Endeffekt habe ich auf der Kurbelachse die Wahrscheinlichkeit, wenn mir die Rolle ins Wasser fällt, beispielsweise, ist das Wasser drin. Da bringt mir das Max-Seal vorne am Rotor recht wenig. Also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass das Max-Seal mehr so für Salzwasser angenommen war als gedacht. Ja, finde ich persönlich auch. Also was die Rollen für Salzwasser angeht, sei es jetzt eine Moritan oder jetzt die 15er Serti, die ist auch komplett mit Max-Seal, die 16er Serti und die 15er exist. Die sind auch voll mit Max-Seal, auch die neuen LT exist. Das ist voll mit Max-Seal in den 4000er Größen. Alles klar, das macht sich sehr gut. Wir sind Süßwasserfische. Also das, wir haben keinen Wellengang, da spritzt nichts gegen das Boot oder wo auch immer man steht. Also mit Spritzwasser kommt so eine Rolle. Ja, mit Spritzwasser kommt es im Regen auch oder so. Wir sind ja nicht immer alle schönwetterangler. So ein bisschen Regen und Süßwasser, das tut da Rolle recht wenig. Wenn man gelegentlich die Kuhgelage dann auch mal nachölt, mit passendem Öl und dann läuft das eigentlich. Das heißt auch, du kannst, sage ich mal, ich rede jetzt noch mal von mir. Ja, klar. Ich hoffe, ich darf das sagen, mir iOS einbauen lassen, das Schulaufbräldchen. Das heißt, wenn ich den Wunsch dazu habe und ich möchte so etwas haben, einfach bei dir melden, mit welcher Rolle ich das gerne machen könnte und du würdest das dann auch, sage ich mal, besorgen für die Leute. Geht auch, ja. Meistens ist es so, dass die Leute sich die Sachen selber bestellen, mir so ein Komplekt zusammenschicken, bauen wir ein. Aber ich kann die Sachen natürlich auch selber besorgen und dann einbauen. Sei es das D-System von iOS Factory, was halt häufig vorkommt oder das Schnullerfräule. Wir gehen das jetzt mal rüber nach Frankfurt zum Timo, weil der hat auch ein paar Fragen an den Andreas. Servus Markus, hallo Andreas, auch von mir nochmal schöne Grüße nach da oben zu euch hier aus Frankfurt. Ich habe auch nochmal eine Frage an dich ganz speziell und zwar geht es um Tausender und Zweitausender OL-Rollen. Wir angeln ja viel mit OL. Da stellt sich mir immer so die Frage, was ist, wenn ich mal eine Tausenderrolle mit einem 7-Gramm-Kötter gefischt habe, wie ist da deine Meinung zu? Oder wenn ich mal einen relativ großen Fisch gedrillt habe mit so einer kleinen Rolle, wie verhältst du die Rolle dann? Was muss ich beachten? Oder ja, das sind einfach meine Fragen. Ich bin gespannt auf deine Antwort und schöne Grüße zurück. Ciao. Grüß dich Timo und schöne Grüße aus Erbitte. Im Großen und Ganzen wirst du mit 7 Gramm keine großen Probleme haben an einer Tausenderrolle. Wenn du in den Bereich von 10 bis 15 Gramm gehst und diese durchs Wasser ziehst oder 20 Gramm und immer weiter, ist es natürlich für die Rolle ein erheblicher Aufwand, dieses durchs Wasser zu bekommen, als dass es die geringen Gewichte sind. Die Rollen sind ja immer so konzipiert für eine bestimmte Angelei. Bei den Tausenderrollen ist es halt der OL-Bereich, dann kommt der L-Bereich, sag ich mal, und dann kommt schon das schwere Fischen. Also ich würde mit einer Tausenderrolle nicht auf Hecht gehen, außer auf schwere Hecht angeln. Einfach aufgrund dessen, weil die Gewichte viel zu hoch sind für die Rolle und sie dafür nicht konzipiert ist. Das meiste wird natürlich durch die Bremse abgefedert, wenn du jetzt einen schweren Fisch drillst und somit hast du halt nie die volle Last auf der Rolle. Wenn du sie komplett zuknallst und nur über die Rolle den Fisch drillst, ist es natürlich für die Rolle ein erheblich hoher Aufwand und auch der Verschleiß in der Rolle nimmt dadurch natürlich zu. Ja, ich hoffe, das reicht dir als Antwort und schöne Grüße zurück. Ciao. Ja, und ich denke mal auch ein interessantes Thema für viele von uns. Nicht jeder käuft sich immer nagelneue Rollen, sondern man käuft auch gerne was Gebrauchtes. Es gibt ja in diversen Foren oder sonstiges oder auch bei Facebook und Instagram der eine oder andere, der wieder mal eine gebrauchte Rolle verkäuft. Wie ist das denn da, Andreas, wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Rolle ja nicht anschauen kann? Also was würdest du empfehlen? Auf was sollte ich vielleicht achten oder was sollte ich den Verkäufer fragen, was er für mich tun kann, damit ich einen Eindruck kriege, kann ich die kaufen oder ist die vielleicht schon nübe oder zu sehr strapaziert? Also das Mindeste ist auf jeden Fall ein Video vom Lauf der Rolle. Ich habe auch schon häufiger bei Gebrauchte Rollen gekauft, über kleiner Zeit oder wo auch immer. und im Video auf jeden Fall versuchen oder den Verkäufer darum bitten, dass er einen relativ geräuschlosen Raum aufsucht, damit man sich wirklich einen Eindruck davon verschaffen kann, wie die Rolle dreht, wie sie sich anhört, wenn er sie kurbelt, darauf achten, ob er mit großem Aufwand die Rolle kurbeln muss, ob sie leicht läuft, das sind so die wichtigsten Dinge. Okay. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, wo ich vielleicht mal schauen oder sage, weiß ich jetzt nicht, Rollenkopf oder sonstiges, wo ich vielleicht erahnen könnte, dass vielleicht jetzt mal was verbogen war oder sonstiges. Gibt es irgendwo Schleifmöglichkeiten, wo ich jetzt sagen kann, wo ich sagen kann, okay, ich sehe jetzt hier was an der Rolle oder soll er mal abbauen, damit ich gucken kann. Ja, also einmal auf jeden Fall unter die Spule mal schauen. Okay. Also die Spule auch einmal abnimmt und dass man da einmal reinguckt, was da genau verbaut ist. Wobei für den Leiden das ist schwer. Ja, aber ich sage mal, es muss ja, es sollte anhalten. Also ich sage mal so, ich habe auch schon eine Rolle gekauft, wo mir gesagt wurde, ja, ich wurde kaum gefischt. Und im Endeffekt habe ich die Rolle dann später, weil ich nicht genau geschaut habe, bekommen und dann ist mir aufgefallen, naja, der Knopf, der ist so abgegriffen, die kann niemals kaum gefischt gewesen. Das sind so Anhaltspunkte. Klar, natürlich kann es natürlich sein, dass er vorher einen anderen Knopf gefischt hat. Ja, natürlich. Gibt es immer viele Möglichkeiten, aber das ist auf jeden Fall ein Anhaltspunkt dafür, dass die Rolle viel gekurgelt hat. Der Verschleiß im Getriebe, wenn sie dann auch noch nicht oder gar nicht in der Gewartung mal war, mal neues frisches Fett bekommen hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du Probleme mit der Zeit bekommst. Also ich lasse mir auch gerne mal ein horizontales Bild, wenn die Rolle gehalten wird, vom Bügel zeigen, weil das ist auch so einer der ganz großen Macken an Rollen, die gebraucht wurden, da so mal irgendwo abgelegt wurden, wo es eine Gratzahl, ob da Macken drin sind. Oder dass der Bügel vielleicht so viel zu weit nach unten zeigt, dass die Gratzahl nicht mehr stimmt oder so richtig ist. Das sind so Anhaltspunkte dafür, dass das gut. Dann würde ich sagen, sind wir mit den Fragen soweit eigentlich durch? Jo. Dann gucken wir uns vielleicht mal deine Werkstatt an. Gerne. Können wir mal machen. Gehen wir einmal runter. Und hier ein kleiner Einblick in Andreas' Werkstatt. Wie ihr seht, einiges an Ölen und Fetten sowie genügend Werkzeug in der richtigen Größe und Auswahl. Auch hier schon eine bereits etwas demontierte Rolle, die zur Wartung geht, wo Andreas hier die Abdeckung des Max-Seals entfernt. Ja, und hier seht ihr vom Exil den Magneten und die Abdeckung, die er hier entfernt. Da ist auch die Rücklaufsperre zu sehen, die er jetzt gerade abnimmt. So, und hier seht ihr jetzt die Reinigung eines Kugellagers, das hier in die Halterung, was rot ist, eingebaut wurde. Das wird hier mit Druckluft und Reiniger ausgespült. So werden alle Schmutzpartikel und restliche fette Öle entfernt. Ihr seht, hier läuft noch der Reiniger aus und da wird der Lauf geprüft und eine direkte Ölung, um dann auch nochmal den Lauf zu kontrollieren. Und hier dann das Bad, was mit Ultraschall betrieben wird und einer speziellen Lösung. Ihr werdet gleich sehen, was sich da alles löst vom Getriebe. Hier seht diese milchig-weiße Färbung. Das sind alles Schmutzpartikel, Öle und Fette, die sich lösen und somit ist dann das Getriebe auch sauber. Hier seht ihr jetzt bereits gebrauchtes Getriebe und ein noch original verpacktes. Und nochmal eine Demontage einer weiteren Rolle. Hier seht ihr auch dann wieder das Zahnrad vom Getriebe, welches noch mit alten Fetten versehen ist. Dieses wird jetzt von Andreas leicht vorgereinigt. Und ihr seht auch hier bereits einiges an Schmutzpartikeln. Verfärbungen gelten jetzt nicht wirklich als Anzeichen von Alterung oder Verschleiß des Schmierstoffes, sondern das ist völligst normal. Und hier auch nochmal das Lösen von diversen Teilen. Ihr seht auch hier selbst wieder, wie viele Kleinteile und wie viele Teile hier in der Rolle vorhanden sein können. Also diesbezüglich lasst es bitte wirklich vom Fachmann machen. Das ist definitiv ein großer Vorteil. Und wie bereits erwähnt, nicht jedes Teil ist immer einfach zu entfernen. Hier bedarf es wirklich schon von Fingerfertigkeiten. Und wie bereits oftmals angesprochen, bitte nicht im Eigenversuch machen, sondern lasst hier wirklich den Fachmann ran. Und ihr seht selbst, hier ist die Rolle schon fast komplett zerlegt. Es werden noch diverse Kleinteile, Federn entfernt. Und da muss man definitiv schon wissen, was man tut. Ja, und so langsam kommen wir ans Ende unseres Videos. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Über sämtliche Kommentare freuen wir uns natürlich. Konstruktive Kritik ist stets willkommen. Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Und macht's gut. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.